So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich muss gestehen, dass ich vorhin, ähm, wohl weitergemacht habe, aber nicht richtig den Aufnahmeknopf gedrückt habe, oder erwischt habe. Deshalb sind wir schon mitten in der Unterhaltung mit dem alten Mann. Aha, Überraschung. Er hat übrigens unsere Lüge durchschaut vom Abend zuvor. Ja, ich habe ihm jetzt gestanden, dass ich mitgenommen wurde und zu Fuß weitergelaufen bin, bis sein Junge mich gefunden hat. Das ist jetzt dann halt mal blöd gelaufen. Äh, ja, die leben in Macon. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich hoffe, ihr kriegt mir das Verzeih. Äh? Ach, du Scheiße. Äh, du Scheiße. Äh, du Scheiße. Ach du Scheiße. Halt nochmal drauf. So. Nei. Das ist Kacke. Alter. Alter Mann, geh von dem Typ weg. Oh Mann. Ja, der ist gut drauf. In der Klemme, ja. Das kann man so sagen, ne? Ja, ich muss mich halt entscheiden, ne? Und in dem Fall liegt halt das Leben eines Jungen mehr wie das eines Erwachsenen. So ist das halt. Ich mein, was soll man machen, ne? So, dann hauen wir ab. Fahren wir noch Mecken. Oder zumindest mal wohin auch immer. Cherokee Hardware. Ist das Cherokee wie die Indiana Cherokee, oder? Und jetzt lassen sie mich mit dem kleinen Mädel da dann recht zu Fuß alles latschen. Der wird noch ganz weit raus. Ganz sauber. Ja, da ist jemand tot. Zieh nur. Schön. Definitiv Feind. Würde ich da mal sagen, oder? Warte, wer ist das? Auf jeden Fall ist ein bisschen seltsam drauf, die alte. Ah, das sind die erste Serie, glaube ich. Mr. V. Maggie und der andere, wie hat er doch mal geheißen? Ja, das sind die. Okay. Okay. Where the hell is your humanity? They would have died out there. Then we let them. We have kids with us. I see one little girl. What is it? I, I have to pee. Cheer. Uh. Uh. Yeah. I have to pee. Okay... Ob das jetzt gut war, das Mädchen? Ja, immer locker bleibe! Was sind die da eigentlich alle am diskutieren hier? Warte mal geschmeinig! Relaxed on black cool! Oh man... Oh man... Dad... Get it! It's a big deal! Do you? You're not fucking acting like it! Sit down! You're gonna whoop me? You in one homo parade! This one! That's good! Oh man... Before you eat your mommy, you can watch your dad get his nose broken! I'm gonna kill a cat! Just worry about duck! Lee! There's someone in there! It's just locked! Keys behind the counter! Probably! Hey, I'm not so bad at here! I'm just looking out to my dog! No, you're just the guy arguing for killing a kid! He's covered in muck! She'll find the bite! Watch! She won't! And if she does... The first thing he'll do is sink his teeth in his mom's face! Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl! She'll turn fast! And then, he'll be three! Oh man... It's a little boy! I think we can handle it! A little boy? He'll be an uncontrollable man here! Nothing gonna happen, Pit is! And we're tossing him out now! No, he's not bitten! Look! He's clean! No, no, no! No, no, no! What do you think about that? It's Larry! And I'm fucking sorry! Good! Look! We're fish in a barrel here! With all the commotion, we could be under siege any minute! We better start fortifying this place! I'll work on getting that window barricaded! Good! Dad, sit down! I'm fine, Lily! Dad, please! Oh, nice! Alright! Ah, da! Ah, die kacke! Los! Ren here! Das fällt doch glatt um! Ich glaub nicht! Ah! Und jetzt! Werde geboxt! Jetzt ab! Ah! 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 Ich atme schon genauso wie der! Schwer'n! Ach! Ach! kacke! ach du scheiße anstrengend er hat gesprochen alt er ist voll jetzt aufgeregt Pille. Gut. Um uns ein paar Drogen. Geht's ab. Tja, hat geraten. Äh. Äh, äh, äh. Ich bin ein Augenblick, oder? Alle anderen müssen komfort und schauen, was für nichts benötig. Wir können hier eine Zeit sein. Ich denke, dass diese Drogenstörung eine permanent Lösung ist. Du bist richtig. Es ist nicht genau Fort Knox. Was hast du? Wir brauchen so viel Gas als möglich, damit wir alle aus der Unternehmung kommen können. Fast. Aber ich gehe nach und Gas bekomme. Es ist ein Motel, nicht zu weit von hier. In der Innenstadt. Ich arbeite meinen Weg nach und dann zurück. Und ich tue dann also die Perlenklauen. Gut. Gut. Hier ist ein Walkie-Talkie, wenn du in einem tiefen Ort gehst. Hoffentlich. Du wirst es nicht. Cool. Clementine hat die andere. Check in mit ihr und geh zurück hier so schnell wie du kannst. Und du? Was ist dein Name? Es ist Lilly. Mein Vater ist Larry. Das ist Klasse. Wer ist das? Wo kommt der aber hin? Gut. Du wirst du in mit Doug, wenn er braucht es. Für jetzt kommt ein paar Rest. Du bist ein guter Schuss. Und ich würde es halten. Du hast es, Boss. Jetzt gib ihm diese Pille. Du bist ein guter Schuss. Ach du Scheiße. Das ist echt ein sehr, sehr passierendes Spiel auf Handlungen und und und. Schuss. Absoluter Bringer. Was musst du sagen? Eine Radio. Ich kann das nicht arbeiten. Hier, lass mich auf dich schauen. So. Das würde ich mir sagen. Power. Nichts. Ist klar. Aufkloppe hier. Gucke, Batterie. Also, ähm, leicht frauenfeindlich, dieses Spiel. Warum sollte eine Frau nicht mehr? Es sind keine Batterie drin. Ja, die ist echt nicht gerade die hellste. Easter Eggs, aha. Ist klar. Okay. Ich würde sagen, später. Weil erstmal müssen wir eigentlich die Pillen irgendwie wieder kriegen. Was denn das? Oh, lauter Bilder. Aha, was es denn so jetzt aussieht. Tippisch mal auf die Besitzer. Die vorigen. Greetings cards. Ja, gut. Schöne Karte. Was war denn da? Hätt ich nicht. Hätt ich schon vorgelegt. Hätt ich schon vorgelegt. Hätt ich schon vorgelegt. Hätt ich schon vorgelegt. Ich muss wissen, dass du auf meiner Seite bist. Ja, ich bin natürlich. Hätt ich schon vorgelegt. Hätt ich schon vorgelegt. Danke. Are you guys all right? We're just fine. Considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. How's Duck doing? He's okay. It was just a shock. Wir sind glücklich als hell, dass niemand auf der Weg in hier wurde. Kein Kind. Wie geht sie? Sie ist gut, ich denke. Sie ist ein schwerer Typ. Sie ist nur eine kleine Mädchen, Ken. Sie sagten, sie hat auf ihr eigenes Leben geleistet? Das ist richtig. Nicht nur eine kleine Mädchen kann das tun. Was ist der Plan? Ich denke, es ist sehr gefährlich. Wir sollten uns warten, um die Dinge zu erinnern. Sie sagten, dass deine Familie von hier in Macon ist? Das stimmt. Wo sind sie? Wir müssen sie suchen? Eh. 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 Ich weiß nicht. Sie sind nicht in ihrem Haus oder so? Kat, das ist nicht unser Geschäft. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Wir haben ein paar Hände in den Weg in. Wir haben ein paar Hände in den Weg in. Und die Dinge sind ziemlich schlecht hier. Ja. Du bist einfach nicht wissen. Lee, hast du einen Moment? Sure. Back auf Herschel's Farm. Ja. Wir haben nicht versucht, ihn zu retten. Das Blut ist auf unsere Hand, du kennst. Nein. Ich weiß nicht, wenn du ihn zu retten. Aber ich kann ihn nicht aufhören. Ich kann ihn in meinem Handeln. Wir haben uns nicht töten. Wir töten den Mann. Wir könnten ihn uns zusammenhören. Wir haben uns gemacht. Wir haben gemacht, was wir konnten. Wir haben die schlechte Dinge zu haben. Wir haben keine Wahl gemacht, die sich zu töten. Wir haben keine Wahl gemacht, wenn wir ihn töten. echt traurig traurig die situation so jetzt gehen wir noch jemand nicht raus da wieder bis muss einstecken bisschen sache schnabbel jetzt wird hier hier und der quite a bit of stress was auch immer ich gerade gehabt so kurze gespräch tja so ist das das ist gut ich habe schon gedacht wir haben militär das wäre nicht optimal aber das ist dann wohl nicht so was denkst du über dotcom video es bröt was anyone here when you guys got here no this place was pretty wrecked we pulled a couple of bodies out of the office are you okay yeah i'm fine did you know anybody here yeah the owners they were uh we were close i'm sorry we found an older couple in the office dad hold them out in case they weren't really dead what's wrong with you he's got a heart condition he takes nitroglycerin tablets pretty regularly i've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital das ist natürlich auch wieder scheiße ja leicht gereizt der alte wo ist ihre mom wo ist ihre mom savannah i think oh you guys aren't together oh no 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 i found in a house when getting out of atlanta she been surviving by herself i think girls parents didn't make it oh i heard an answer message they were in savannah she was home with a sitter it wasn't good well she's lucky to have you ja ja da hat es wirklich Glück gehabt dass ich da war wie immer hab die gute alte mal schön gecatcht und gerettet so ah da haben wir noch ein bisschen wat wo wir in stecken können wieder so schon was da ist die kleine thank you alles klar würde ich sagen gehen wir die pillen holen aber das ganze erst der nächsten folge bis dahin macht's guten tau drei mal guck die e die many